Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Marktausblick. Diese Woche stand ja eine Menge an, Fettzinsenscheid, Inflationsdaten, alles haben im Endeffekt nicht wirklich für signifikante Impulse gesorgt. Zumindest bei Bitcoin nicht, in den traditionellen Märkten ging es aber ordentlich nach oben. Ob sich diese Reise fortsetzt und ob der Dollar wirklich einen Reversal diese Woche sieht, das werden wir uns auf jeden Fall jetzt im heutigen Marktausblick anschauen. Bevor wir starten, lasst dem Video doch wie immer gerne ein Like da, abonnierter Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram Talk und Signalgruppen reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News, Signale etc. Kommt da gerne rein, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung, natürlich alles for free. Und noch ein kleiner Reminder, die zweite Podcast-Folge ist online. Ich mache jetzt nicht jeden Tag dafür Werbung, aber immer wenn es aktuell ist, gestern ist die online gekommen um 12 Uhr. Also abonniert gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts, wenn ihr es möchtet, Link ist auch unten in der Videobeschreibung angepinnt. Gut, und damit würde ich sagen, verlieren wir nicht zu viel Zeit, weil ich habe auch nicht zu viel Zeit heute. Ich versuche das jetzt relativ flott durchzugehen mit den wichtigsten Infos. Der Dollar ist ordentlich nach unten hingedammt, trotz Zinspause, wo ist der Dollar deutlich, deutlich nach unten gegangen. Es war aber auch so unser Ziel, wir haben ja darüber gesprochen, schon vor zwei Wochen, wo wir das Fit-Level hier gezogen haben, von unserem Pump-Beginn bis zu unserem Top hier oben, wo auch im Endeffekt hier oben unsere Umverteilungszone, beziehungsweise unser Widerstand war. Das war eigentlich so unser, ja, Maximalziel. Das hat der Dollar erreicht. Vielleicht daraufhin ging es jetzt deutlich nach unten. Wie gesagt, Zinserhöhungen und so hat er ihren Teil dazu beigetragen. Pause, ist der Dollar jetzt auch nicht so wirklich gut. Daraufhin sind wir jetzt genau ins Golden Pocket, beziehungsweise auch kurzzeitig mal ein bisschen da drunter gegangen. Auch hier haben diese ehemalige Range getestet. Unser Ziel wurde somit jetzt erst einmal erreicht, nur kriegt der Dollar jetzt hier wirklich die Kehrtwende. Möglich ist es auf jeden Fall. Hierfür muss aber auch erst einmal eine Bestätigung kommen. Einen Reversal im Laufe der Woche kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das ist ein bisschen übertrieben, aber zumindest mal hier in diesem Bereich der 103 US-Dollar. Warum? Weil wir eben einen rasanten Abverkauf hatten. Das würde auch zu der Theorie sprechen. Ich spoiler jetzt mal ein bisschen vor zu Bitcoin. Habe ich heute früh schon mal gesagt, dass bei Bitcoin der Montag, Dienstag eventuell so eine kleine Korrektur kommen könnte, wenn die nicht jetzt schon am Wochenende kommt. würde dazu führen, Dollar pumpt erst einmal, zumindest eben in diese 103 US-Dollar-Region rein, um diese Ineffizienz zu füllen und dann möglicherweise weiter abzuverkaufen. Das ist erstmal so ein bisschen der Hauptplan. Eventuell damit doppelt Boden, aber das lassen wir jetzt erstmal für diese Woche, wäre das jetzt erstmal so ein bisschen das Szenario. Wir ziehen uns hierfür auch nochmal ganz kurz das FIP-Level. Würde passen mit dem 0786er und dem Golden Pocket hier oben in der Area, dass wir uns irgendwo in diesem Bereich dann erst einmal festsetzen und dann auch, wie gesagt, eben diese Ineffizienz hier oben füllen. Und da kommt es dann darauf an. Schaffen wir es drüber ohne Probleme und pumpen sogar ein höheres Hoch, dann erwarte ich nur noch eine kleine Korrektur hier irgendwo in dem Bereich der 102,5 US-Dollar, um das Golden Pocket, diese Aufwärtsbewegung dann nochmal zu bestätigen und dann wieder die Trendwende für den Dollar zu bedeuten. Weil man muss auch dazu sagen, dieses übergeordnete Golden Pocket ist natürlich jetzt nicht unbedingt bearish. Es könnte ein Impuls sein für den Dollar, längerfristig wieder ein bisschen stärker zu steigen. Aber das wird sich jetzt dann erstmal zeigen, wenn wir hier natürlich wieder abgelehnt werden, glaube ich, dass wir den nächsten Impuls nach unten hinbekommen und der Dollar dann doch wieder möglicherweise in den nächsten Wochen hier Richtung 100 oder 1 US-Dollar hier wirklich wieder reinkommt. Das ist so eine Marke, die kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn wir jetzt hier wirklich nur wieder ein tieferes Hoch reinkriegen und dann weiter abverkauft werden. Dann gehen wir rüber zu den traditionellen Märkten. Und was soll man hier sagen? Es ist einfach komplett bullisch, was hier abgegangen ist. Wir fangen, ich wollte nicht einen DAX, ich wollte einen Dow Jones, sorry, ein bisschen vorspoilern. Es ist komplett bullisch, was hier abgegangen ist. Also unser Korrekturlevel hat im Endeffekt genauso vor zwei Wochen gezogen, wie wir das angesprochen haben oder vor drei Wochen. Wir sind hier runter in diese Zone gegangen zwischen 0,5er und dieser grüne Box. Daraufhin ging es enorm steil und es ging einfach noch steiler, als ich überhaupt erwartet hatte. Wir hatten ein bisschen hier oben so Probleme bei diesen 34.250. Das war auch für mich so eine kleine Short-Area. Profite genommen, wurde dann ausgestoppt, nachdem nochmal ein Impuls nach oben hinkam. Und jetzt auch der Freitag, gehen wir mal ganz kurz in den Daily-Timeframe, erstmal auf die größeren Timeframes. Seht ihr, da ist eine enorme Rallye dahinter gestanden. Also komplett alles Bearish wurde aufgekauft. Wir haben einen enormen Impuls bekommen. Wir haben auch ein höheres Hoch bekommen, wenn wir uns das mal hier so anschauen. Wir haben eine Daily-Candle und sogar gestern nochmal über diesem Hoch hier drüber geschlossen. Das Einzige, was uns jetzt noch im Weg steht, sind hier oben die 34.566 und dieser Wig hier oben. Also das sind so die nächsten signifikanten Level, die wir mal im Auge behalten sollten. Der Rest wurde bodenlos oder gnadenlos nach oben hin durchgenommen und ausgenommen. Also wirklich alles Bullish. Wenn wir jetzt mal hier so ein bisschen auch so ein bisschen die Idee einer Bullfleck hier nachvollziehen. Ihr wisst, ich gehe das immer ein bisschen bearischer an. Ich weiß, vielleicht ist es falsch angelegt, ist mir jetzt wurscht. Würde das auch sehr, sehr gut passen, dass wir eben hier zwischen 34.800 und knapp 35.000 Punkten wirklich nochmal hochgehen. Also es sieht nicht wirklich schlecht aus. Wenn wir uns jetzt dann, wie gesagt, wir sind jetzt gerade auf dem Daily-Timeframe, schauen wir uns mal ganz kurz die kleineren Timeframes an. Hier haben wir jetzt natürlich so eine kleine Bearish Diversion. Das ist aber auch erst einmal nicht schlimm. Das würde dann wieder auch dazu passen, Dollar, Montag, Dienstag ein bisschen stärker. Eben dieses Reversal in die 103er-Marke reingehen. Bitcoin ein bisschen runter, würde sehr, sehr gut passen. Bearish Diversion, dann werden wir erstmal abverkauft. Der erste Bereich für Support würde dann hier unten bei ungefähr genau 34.000 Punkten liegen. Ob wir hier runtergehen, wage ich erst einmal ein bisschen zu bezweifeln. Natürlich können wir uns jetzt das FIP-Level ziehen. Von diesem ganzen Pump, den wir jetzt hier momentan vorliegen haben, würde auch Kurse bis 33.400 Punkte gehen. Das wäre aber ein ordentlicher, ordentlicher Crash. Deswegen warten wir jetzt erstmal ab, ob wir hier nur eine kurzfristige Korrektur kriegen. Das heißt, in die Demandzone die Liquidität ausreicht, um dann eben hier die 35.000-Punkte-Marke rauszunehmen. Und hier oben könnten wir uns dann mal überlegen, hier langsam aber sicher ein Short dann zu positionieren. Weil 35.000 ist einerseits eine psychologische wichtige Marke und natürlich auch hier, seht ihr das drüben, nochmal so kleine Ineffizienzen, die noch gefüllt werden könnten. Also 35.000, 35.000, 3.000 ist für mich eine riesige Umverteilungszone. Und das haben wir ja auch schon seit Wochen oder Monaten immer wieder gesprochen, dass wir hier oben enorm Probleme hatten. Wenn wir dann hier oben nochmal so ein Retracement kriegen, nach unten hin, ist es natürlich auch nicht bearish. Dann FIP-Level ziehen, gucken, wo ist 0.500, wo ist das Golden Pocket und von hier aus dann eine neue Long-Position mit gegebenenfalls endgültigen Breakout nach oben hin dann starten. Also komplett Bullish weiterhin für mich, klar, kurzes Retracement Montag, Dienstag auf jeden Fall drin. Aber ansonsten sehe ich die Märkte hier weiterhin extrem, extrem Bullish. Und wenn wir bei extrem, extrem Bullish schon angefangen haben, gehen wir mal rüber zum S&P 500. Weil auch dieser enorm weiter gepumpt hat oder in den letzten zwei Wochen jeglicher Widerstand komplett rausgenommen. Also wirklich jeglichen Widerstand. Diese blaue Linie, ihr habt die ganzen Boxen gerade gesehen, auch die alle komplett wirklich raus. Abtritt weiter intakt, komplett steil. Und wir hatten ja mal die These, okay, es ist eine Möglichkeit, dass wir hier so ein bearishes Rising Ratch bilden. Auch das ist für mich momentan komplett vom Schuss her. Wir hatten unsere kleine Korrektur, wo wir drüber gesprochen haben, hier nochmal. Wir haben den Trend nicht getestet, aber die Richtung komplett nach oben gestimmt. Volumentechnisch, wir haben natürlich hier noch keine bearish Divergence. Also nicht mal hier haben wir eine bearish Divergence. Also hier könnte das Ding auch theoretisch weiter pumpen. Aber ganz ehrlich, es wäre jetzt auch mal wirklich gesund, wenn wir zumindest mal so ein Retracement hier in diese Area runterkriegen. Nochmal den Trend testen. Vielleicht auch nochmal diese Range Assets hier in der Vergangenheit. Im Verteilungsbereich nochmal versucht zu pumpen. Nochmal daran gescheitert an einem höheren Hoch. Und dann dieser Abverkauf und sowas. Also wäre gut, wenn wir auch hier im Laufe des Montag, Dienstags nochmal so ein Retracement kriegen. Und dann versuchen nochmal zu einem höheren Hoch zu gelangen. Die nächsten Zonen, die dann hier wirklich interessant werden würden, würden dann hier oben eben liegen. In diesem Bereich bei ungefähr 4550 bis 4580 rum. Das sind so die nächsten Ziele. Ob das jetzt nächste Woche erreicht wird, kommt natürlich auch ein bisschen auf die News an, die nächste Woche sehr, sehr dünn besiedelt sind. Also ich habe es euch mal rausgesucht. Eigentlich ist nur der Donnerstag interessant. Rohöl, Lagerbestände, Erstanträge und Folgeanträge, Arbeitslosenhilfe. Mehr steht gar nicht an nächste Woche. Also es ist absolut gechillt. Wir haben keine wirklichen signifikanten News. Trotzdem dieses Retracement aufgrund des Dollar-Pumps, was natürlich möglich ist. Und des Abtrend-Pumps, beziehungsweise Abtrend-Testes, was wir dann hier sehen würden, würde sehr, sehr gut passen. Und dann vielleicht den finalen Pump auf 4550 Punkte. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut möglich. Und auch der Nasdaq, Anfang des Jahres, wir haben gestern schon mal so eine kleine Diskussionsrunde gestartet. Anfang des Jahres jeder, wir kriegen den größten Crash aller Zeiten. Tech-Werte werden bis ins Bodenlose fallen und so. Ja, war auch grundsätzlich, hat auch gestimmt. Aber es ist halt einfach komplett anders jetzt gekommen. Wenn wir uns das mal von den Tiefstkursen angucken bis zum jetzigen Stand, hat der Nasdaq einfach 41% Zugewinn. Und das seit Anfang des Jahres und jeder hat Crash geschrien. Es geht nicht darum, dass wir immer noch tiefer fallen könnten. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir natürlich noch mal tiefer fallen. Wer weiß, was irgendwie noch in den nächsten Jahren oder Monaten auf uns zukommt. Will ich hier auch gar nicht gegen behaupten. Es geht einfach darum, vielleicht do your own research mal ein bisschen zu machen. Ein bisschen andere Stimmen auch zu vergleichen. Nicht immer nur auf einversteifen. Damit meine ich auch vielleicht mich. Nicht immer nur auf mich versteifen als YouTuber vielleicht. Oder Analyst oder sonstiges. Hört euch verschiedene Meinungen an. Wir haben die ganze Zeit immer wieder gesagt, okay, hier unten könnte eine schöne Bodenformation sein. Wir haben einen schönen Retracement hier unten gesehen. Einen schönen Support. Und daraufhin ging es nach oben. Auch das Rising Wedge, was wir eingezeichnet haben, komplett irrelevant. Weil wir einfach komplett nach oben hindurch gebrochen sind. Also die Märkte sind absolut komplett einfach steil gegangen. Also es ist krank, was hier einfach abgeht derzeit. Wir haben das Golden Pocket ohne Probleme diese Woche einfach durchnommen. Komplett. Man muss aber auch wiederum fairerweise dazu sagen, natürlich hat der Nasdaq auch nochmal deutlich, deutlich mehr aufzuholen. Das ist auch wieder so ein Punkt. Aber wir sind jetzt hier schon knapp am 0,786er. Da fehlt auch nicht mehr viel, wenn wir jetzt mal gucken. Von unserem jetzigen Stand zum All-Time-High sind es 11%. Der Nasdaq hat dieses Jahr einfach schon 41% gemacht. Viel ist es nicht mehr. Ich möchte jetzt nicht beschreien, dass wir hier zum All-Time-High gehen. Es ist auch absolut ungesund. Was hier derzeit ein bisschen vielleicht stattfindet, hat man natürlich auch mit Nvidia. Apple neues All-Time-High. Meta zieht übel an. Die ganzen Tech-Werte ziehen generell übel an. Der ganze KI-Hype und so, der da noch im Hintergrund steckt. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein. Es ist vielleicht auch nicht verkehrt. Zum Beispiel, wer in Palantir investiert ist oder so, habe ich jetzt auch mal meinen Einsatz rausgezogen. Auch Apple werde ich jetzt langsam mal ein bisschen Profite nehmen, Anfang der Woche und so. Einfach mal so ein bisschen auch mal hier die Profite genießen. Es bringt nichts. Einfach nur, wenn du hier unten eingekauft hast und es bis zum Ende hältst, bringt es nichts, hast du nichts davon, nimm Profite. Weil irgendwann wird hier, denke ich, auch früher oder später mal eine Korrektur einsetzen. Ich bin jetzt kein Crash-Profit. Nein, darum geht es nicht. Aber eine Korrektur wäre hier meines Erachtens nach schon sinnvoll. Auch wenn wir hier auf 4 Stunden Timeframe keine Bearish Divergence haben. Auf dem Daily ist der Trend absolut noch intakt. Also es deutet momentan nichts auf den Crash hin. Aber eben eine kleinere Korrektur wäre wirklich, wirklich, also ganz wirklich sinnvoll. Da würde sich das Golden Pocket hier schon mal anbieten. Wir haben hier unten nochmal so ein kleines Gap, welches es noch zu füllen gibt. Also es gibt genug Möglichkeiten, wo wir nochmal einfach runtergehen könnten, um uns Liquidität abzuholen. Und dann gegebenenfalls hier einen neuen Versuch in Richtung All-Time-High. Es ist krass. Vor ein paar Wochen haben wir uns auch unterhalten, wir haben noch so viel aufzuholen beim Nasdaq. Und jetzt stehen wir einfach nur noch 10%. 10% ist viel bei Aktien, muss man auch dazu sagen. Aber es sind nur noch 10%, die wir vor einem All-Time-High stehen. Gehen wir rüber zum DAX. Auch hier neues All-Time-High. Gestern glaube ich, ja, gestern neues All-Time-High. Einfach mal so locker flockig aus dem Wind gehauen. Also auch der DAX einfach absolut bullisch. Die Positionen von vor zwei Wochen, oder es sind sogar schon drei Wochen, ja, zwei Wochen ungefähr, bei den 15.640 weiterhin long. Also ich bin hier auch weiterhin long gerichtet. Auch volumentechnisch ist einfach krank. Wir haben über diesen letzten Hochmini-minimal geschlossen. Also auch hier absolut bullisch. Es deutet hier nichts auf einen Crash vor. Die Märkte sind einfach momentan komplett am Pumpen. Und wir haben noch nicht mal, klar, wir haben die Schuldenobergrenze, es gibt keine mehr in den USA. Die Märkte pumpen, aber es ist ja noch nicht mal so dieses Geld gedruckt. Wenn das erstmal in den Markt kommt, ist es einfach unglaublich, was hier momentan abgeht. Bin ich auch selber ein bisschen überrascht. All-Time-High zu All-Time-High beim DAX. Bleibe ich auch weiterhin bullisch. Also ich werde hier erst einmal jedes Retracement nutzen, um hier gegebenenfalls long weiter auszubauen. Hier haben wir den Vorteil, wir haben auch mal eine Bearish Divergence. Aber wie gesagt, wir haben ein neues All-Time-High. Wir haben auch drüber geschlossen. Da reinzuschorten ist mir ein bisschen zu riskant. Montag, Dienstag, wie gesagt, durch den US-Dollar, der dann ein bisschen pumpen könnte, könnte die ganze Sicht wieder ein bisschen ändern. Dass wir noch ein bisschen dampen. So zumindest mal in die Region 15.8 nochmal. Wäre heftig. Würde mich aber jetzt ehrlich gesagt noch nicht überraschen. Und dann aber, ich bleibe auf jeden Fall dabei, long till the end beim DAX. Stop-Loss natürlich, Entry Profite genommen. Würde dann hier unten gerne nochmal verdoppeln. Dann gehen wir nochmal zu Gold rüber. Gold, ja, absolute Seitwärtsphase. Wir machen mal ganz kurz die FIP-Level hier weg. Sind auf dem Daily Chart unterwegs. Auch hier bin ich ja schon des etwas längeren Long seit 1950 rum. Und ihr seht, also seit 25. Mai sind wir hier in einer absoluten Seitwärtsphase. Hier tut sich sehr, sehr wenig auf Daily Sicht. Wir haben das Golden Pocket noch nicht erreicht. Ob das noch erreicht wird, weiß ich nicht so richtig. Aber Gold hält sich dafür, dass die Märkte komplett pumpen. Das Krypto jetzt momentan wieder ein bisschen mehr pumpt. Sehr, sehr stabil. Was mir gefällt, dass wir hier nicht diesen Abverkauf sehen. Also das heißt, die Leute glauben immer noch so ein bisschen an Gold. Und was so im Hintergrund ja ist. Gold braucht sehr, sehr viel Kapital, um bewegt zu werden. Also wir reden hier von einem riesigen Asset. Und da bestätigt mich das momentan noch. Also die Long lasse ich auf jeden Fall nochmal offen. Wir gehen mal in die kleineren Timeframes rein. Das ist so ein bisschen der Weg, den ich erwarte momentan noch. Dass wir hier nochmal ein bisschen runter gehen in diese kleine Demandzone. Hier den Orderblock testen. Und dann versuchen hier nach oben hin auszubrechen. Ihr seht hier oben schon das Short-Setup, was ich mal so angepinnt habe. Das ist immer noch valide bei mir. Das lasse ich auch erstmal noch ein bisschen laufen. Es ist kein öffentliches, es ist einfach nur für mich hier mal gerade. Das heißt, ich hatche hier gerade ein bisschen. Long ist offen, Short ist offen. Deswegen plane ich hier ein bisschen. Aber ich werde den Short dann hier unten auf jeden Fall schließen. So bei ungefähr 1.940. Und die Long hier unten sehr, sehr wahrscheinlich nochmal dann verdoppeln. In diesen Bereichen, in dieser Demandzone. Wenn wir uns das Fib-Level dazu anschauen, vom Pump beginnt bis zum High, würde es auch sehr, sehr gut passen. Mit dem Golden Pocket hier ungefähr, dass wir hier unser Retracement nochmal reinkriegen. Und hier dann im Endeffekt den Pump nach oben hin sehen. Und dann zum Schluss gehen wir rüber zu Bitcoin. Zoll in Bitcoin die letzten Tage oder seit vorgestern ordentlich am Pumpen. Umverteilung hier oben haben wir heute früh im Video angesprochen. Es wäre gut, wenn wir einfach nochmal runtergehen in diesen Bereich der 25.600, 25.700. Hier ein bisschen wieder Liquidität aufgrasen. Ihr seht hier schon so eine leichte Andeutung von einem möglichen Inverse Head & Shoulders Chart-Pattern. Ihr wisst, ich bin kein Pattern-Freund. Trotzdem lohnt es sich immer mal so einen Blick darauf zu werfen, einfach um die Pattern auch mal ein bisschen anzuzeigen. Es würde passen, wir befinden uns in einem Downtrend, das heißt Trendwechsel-Pattern würde sehr, sehr gut passen. Und dann gib ihm, ich habe es heute früh angesprochen, bitte nicht zu voll nehmen, wenn das Ganze hier wirklich eine Bullfleck wäre. Würden wir hier wirklich in dem Bereich, und wir ziehen das hier ins Bearisher, in Richtung 39.000 bis 40.000 US-Dollar gehen. Ich möchte jetzt hier kein FOMO auslösen, Leute, wirklich nicht. Aber möglich wäre es wirklich, aber davor steht noch ein fetter Orderblock, beziehungsweise ein fetter Widerstand zwischen 30.000 und 32.400. Erst dann können wir uns über wirklich einen Bullenmarkt beschäftigen. Aber auch dieses Ziel dieser möglichen Possible Bullfleck würde sehr, sehr gut hier oben zu dem Daily Orderblock, beziehungsweise zu dieser Daily Supply passen. Und natürlich Downtrend-Ausbruch. Aber, was weiß ich schon, ganz ehrlich, es nimmt sich zu voll, aber es ist eine Möglichkeit. Ich möchte es trotzdem nicht, dass ihr hier all in oder sonst was geht. Aber merkt euch das vielleicht mal, vielleicht denken wir in zwei, drei Wochen komplett anders darüber. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen weiteren Samstag, ein schönes Wochenende. Genießt das Wetter, Like da lassen, Abo da lassen. Gerne auch einen Kommentar, einfach um den Algo ein bisschen zu pushen für diese langen 16, 17 Minuten Videos. Würde ich mich echt riesig drüber freuen. Und dann war es das von mir. Wir hören uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.